Nachdem in der letzten Folge der Bachelorette drei Rosen verteilt wurden, stehen nun die Home-Dates an. Doch da gab es eine Überraschung. Die letzte Folge von Die Bachelorette endete mit der Vergabe von drei Rosen. Sie gingen an Devin, Martin und Lila. Die letzte war noch offen und wird zu Beginn von Folge 11 aufgelöst. Doch es gibt noch eine große Überraschung. Die Bachelorette, die Home-Dates stehen an, nachdem drei Rosen verteilt worden waren, ging die letzte Rose an Ferry. Damit mussten Akusa, Emma, Erik und Jan die Show verlassen. Die anderen vier durften mit Stella zu den Home-Dates. Auf den Home-Dates wird es besonders intim. Die KandidatsternchenInnen lernen sich zu Hause besser kennen. Dabei kann es zwischen der Bachelorette und dem, der KandidatsternchenIn auch mal knistern. Nach den ersten beiden und den letzten beiden Home-Dates muss sich die Bachelorette allerdings für einen Finalisten entscheiden. Diesmal mit einer Besonderheit. Ich stelle mir halt jemand anderes an Stellas Seite vor, rein optisch, denn Lila kämpft mit ihren Gefühlen. Sie ist sich nicht sicher, ob sie sofort bereit für eine Beziehung ist. Nachdem sie Stellas Mutter kennengelernt hat, entscheidet sie sich, ihrem Impuls zu folgen und von sich auszugehen. Damit ist Devin automatisch im Finale. Doch Stellas Mutter Inge ist von Devin nicht begeistert. So meinte sie, man muss akzeptieren, was die Kinder wählen. Ich stelle mir halt jemand anderes an Stellas Seite vor, rein optisch. Dabei verstanden sich Devin und Stella ziemlich gut und küßten sich ziemlich leidenschaftlich bei ihrem Home-Date. Auch interessant. Germany Shore bekommt einen Ableger Stella, wird von Martins Schwester über eine mögliche Escort-Vergangenheit konfrontiert. Bei einem der Home-Dates lernte Stella Martins Familie kennen. Vor allem Martins Schwester stellte unangenehme Fragen und konfrontierte Stella mit einer möglichen Escort-Vergangenheit. Wir haben ja ein bisschen was lesen können. Ob das der Schwiegervater in Spee dann so toll findet? Die Bachelorette Stella konnte dies jedoch gekonnt verneinen. Sie habe noch nie als Escort gearbeitet. Leidenschaftlich wurde es nochmal mit Ferry. Neben den Küssen übten die beiden auch Sexposen, natürlich bekleidet. Wer zwischen Ferry und Martin weiterkommt, erfahren wir jedoch erst in der nächsten Folge. Vielen Dank. Vielen Dank.